Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Cam. Hallo Leute, ich bin Alex, unterwegs für Logo de Emilia hier auf der IWA 2023. Wir befinden uns gerade am Stand von Donaustahl. Neben mir habe ich den Stefan, Geschäftsführer von der Firma Donaustahl. Also Stefan, schön, dass wir da sein dürfen. Hi, servus. Für die Leute, die jetzt Donaustahl nicht kennen, wer seid ihr, was macht ihr? Wir sind die Erfinder der Universalanschlagschäfte, die Besten der ganzen Welt. Sehr schön. Stefan, was hast du uns mitgebracht? Was habt ihr Neues? Also ihr habt den Odin damals schon vorgestellt. Ich denke, ihr habt jetzt eine neue Entwicklung, eine Verbesserung. Jawohl. Was haben wir hier? Das ist der Odin Generation 2, der kompakteste und universellste Anschlagschaft der Welt. Hier in der Vollausführung, das heißt, wir haben hier Mündungsfeuerdämpfer, Visierträger und Klappmodul. Sehr schön. Das heißt, ihr verfertigt alles selber bei euch im Haus. Verfügbar wahrscheinlich für fast alle Waffen, beziehungsweise Waffen, die unten eine Picatinny-Schiene haben. Ganz genau. Im Gegensatz zu allen anderen Anschlagschäften funktioniert unser System mit allen Pistolen, die eine Picatinny-Schiene am Griffstück haben. Wo du sagst, es ist mit Optik. Ich habe hier einen anderen in der Hand. Wahrscheinlich, wenn ich keine Optik, ich habe Optik-Ready und sonst irgendwas, oder möchte über Kim & Korn, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, umzubauen. Wir haben es hier quasi auch mal umgebaut. Zu sehen, gibt es doch irgendwelche Besonderheiten, die diesen Schaft besonders machen im Vergleich zu Mitbewerbern. Ja, klar. Also, dieses System ist vollständig modular. Das heißt, in dieser Optik-Ready-Version steckt auch die Vollversion und umgekehrt. Das heißt, alles ist an- und abbaubar. Vollkommen von der Pike bis zur Vollversion. Was wir hier haben und sehr schön sehen, das ist das einzige System weltweit, das Waffen aufnehmen kann, die bereits einen Leuchtpunktvisier auf dem Schlitten montiert haben. Alle anderen Systeme können das nicht. Sehr schön. Und ich sehe auch gerade, Waffenumbau ist quasi werkzeuglos, ne? Ja, werkzeuglos. Doppelte Sicherung, einmal Primärsicherung, einmal Sekundärsicherung. Individuell einstellbar für alle Waffengrößen. Perfekt. Also, ich glaube, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Also, das ist universell für alles. Super, klasse. Stefan, ab wann ist es verfügbar und wo kann ich das erwerben? Ja, verfügbar ist es sofort, ab jetzt. Erwerbbar im Fachgeschäft Ihres Vertrauens oder bei anschlagschaft.de. Sehr schön. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, wir werden alles Nötige natürlich wieder unten verlinken. Für euch ist wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und bis jetzt wieder im nächsten Video. Danke, Stefan. Gerne. achtperte Musik Musik , Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020